Hallo ihr Lieben, hier ist Christian Schemeyer, Vater der Freude bzw. Coach und diesmal Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe, wenn ihr mehr über meine Arbeit wissen wollt, schaut mal unter liebeschiff.de, gibt es alles mögliche an Kursen und ihr könnt dort auch solche Fragen wie diese jetzt gleich folgendes stellen, ich kann immer nur einen Bruchteil beantworten, aber es gibt auch die Möglichkeit, direkt eine Hilfe bei mir zu buchen und genau, beziehungsweise gibt es alle möglichen Kurse und vor allen Dingen geht ja die Selbstliebe Challenge Basic nach Monaten wieder los, nächsten Monat, könnte auch noch in die Advanced einsteigen, aber dann nächsten Morgen gibt es auch wieder die Basic, alt, bekannt, bewährt, beliebt und ja, freue mich, wenn ihr mitmacht und vielleicht sehen wir uns ja auch live auf einem der Bootcamps, die noch kommen in Berlin und in der Nähe von München. So, also, heute ist die schöne Frage, ich habe eine liebessüchtige, beste Freundin, also, Nachricht von Raschnetzklar, Frage zum Umgang mit liebessüchtigen Freundinnen. Hallo lieber Christian, ich stehe vor einem Problem, während es mit meinem Liebeschiff gut vorangeht, behaupte ich mal ganz bescheiden, ist das bei einer Freundin leider gar nicht der Fall. Seit sieben bis acht Monaten hat diese eine neue Beziehung, das ist erstmal schön, leider ist sie die Sorte von Mensch, die dann vom Erdboden verschluckt wird. Ja, das kenne ich leider auch auf meinem Weg, das ist super nervig, also, naja, ich lese erstmal weiter. In ihrer vorherigen Beziehung lief das genauso, schon damals hatten wir ein Gespräch darüber, in der ich ihr mithalte, dass ich es nicht gut heiße. Nun ist in dieser Beziehung leider das gleiche Spiel, monatelang kein Kontakt, letzte Woche haben wir uns getroffen, das war auch echt schön, lustig und locker wie immer. Wir verabschiedeten uns mit dem Vorhaben, uns eine Woche später nochmal zu treffen. Da sie ja noch Urlaub hat, ich schrieb ihr also und fragte, ob sie Samstag Zeit hätte. Als Antwort kam Brezhnevskow, ihr Freund wäre nicht begeistert. Oh Mann, ey. Oh Gott. Perflex schrieb ich, okay, dachte nur, an Kaffee war, melde dich doch, wenn du Zeit hättest. Daraufhin meinte sie nur, ach, das war Spaß und ich kann weg. Im Gegenzug schrieb ich, hey, das kommt irgendwie selbst darüber, können wir es gerne verschieben, aber auch nur telefonieren. Dazu muss gesagt werden, nach ihrer letzten Beziehung sehen wir uns fast täglich, hatten ständig Kontakt und danach fiel. Im Moment hat sie aber nur in ihrem Urlaub Zeit, warum auch immer. Also auch keine Telefonate oder ähnliches. In ihrer Sprachnotiz erzählte sie mir dann, dass ihr Freund und sie sich unter der Woche nicht so richtig sehen. Sie wohnen zusammen, aber gut. Und er das Wochenende gerne mit ihr verbringen möchte. Ja, hast du scheinbar eine Freundin, die tief in den Wassern der Co-Abhängigkeit wandelt, vermute ich mal. Unter der Woche wäre aber das kein Problem, da können sie ruhig weg ihre Worte. Auch ihre Eltern sollen sie doch neben unter der Woche besuchen und nicht am Wochenende. Also wir können uns jetzt schon diesen einen Samstag sehen, solange es halt nicht jeden Samstag ist. Gut, das wäre ja noch okay, dass sie eine andere Freundin auch nur zweimal im Jahr sieht und dass es auch okay ist. Und ich bin da halt anders, nämlich direkt beleidigt und enttäuscht. Dieses Verhalten meiner Freundin verletzt mich, insbesondere weil sie von heute auf morgen verschwunden ist. Auch weiß ich nicht, ob sie einfach wirklich keine Lust hat, mich zu sehen und daheim bleibt. Oder um kein schlechtes Gewissen gegen ihren Freund zu haben. Der hat leider gar keine Freunde, die er treffen kann. Ich habe ihr offen gesagt, dass ich mich dadurch verletzt fühle und finde, man sollte Freundschaften pflegen. Was soll ich tun? Ich habe sie ja gerne, aber anstatt das Verhalten von ihrem Freund zu hinterfragen, sagt sie, ich sollte mich doch damit zufrieden gehen, dass sie mich eben nur zweimal im Jahr sieht. Nette Freundin. Also natürlich ist es verletzend, aber wir wollen ja mal gucken, dass wir den höheren Weg finden, jetzt aus so einer Beleidigung, Kränkung und Verletzung zu agieren. Das wäre halt so sehr aus dem Ego raus. Kann ich zwar verstehen, aber bringt uns letztlich auch nicht weiter. Ich verstehe, dass man vor allem am Anfang viel Zeit mit dem Partner verbringen möchte, aber nur, ich weiß ja nicht, wäre toll, wenn du mit Tipps gehen könntest. Ist mir schon wieder viel zu anstrengend, aber ich möchte auch es gerne mit dir ausdiskutieren. Ja, wenn mal reden, was nützen würde, in solchen Fällen. Also, da sie da ja kein Problembewusstsein hat, kannst du da auch nicht viel machen und kommst dann als die nervige Freundin rüber, ist es wieder. Ein Programm, Thema von Standard und Dealbrekern. Guckt mal in Kurs, eins rein, Modul, umprogramm-Liebeschips, immer wieder das Richtige. Hört nicht nur die Videos, wirklich nutzt das die Sache. Und ja, also es ist, willst du, also ist wieder, also bei Freundschaften ist man typischerweise da ein bisschen softer, aber letztlich ist es auch wieder, willst du so eine Freundschaft pflegen. Und bei jemandem, der dich sozusagen, sie hat ja auch ein bisschen was von benutzen, dass du nur gut genug bist, wenn sie eben nicht in einer Beziehung bist. Und dann, ja, bist du halt wieder an die Seite gelegt, bis sie wieder keine Beziehung hat. Und wenn man einmal diese rote Liebeschippille geschluckt hat, ja, merkt man einfach, ja, dass man auf bestimmte Sachen eigentlich keinen Bock mehr hat. Man hat eigentlich auf immer weniger Sachen Bock, das ist so die Sache. Und da musst du, würde ich sagen, darfst du, musst du, musst du natürlich nicht, aber darfst du zu dir stehen und darfst sagen, finde ich nicht gut, aber ich würde möglichst dieses verletzte, gekränkte rauslassen. Finde ich nicht gut, habe ich keinen Bock drauf, entspricht nicht meinen Vorstellungen. Und ja, also ich kann dir jetzt keine Worte in den Mund legen, aber also ich habe wegen solchen Sachen schon Freundschaften beendet, weil ich gesagt habe, oder was heißt beendet, gesagt, nee, so brauchen wir jetzt auch nicht weitermachen. Also man trennt sich da ja nicht so wie vom Partner, aber habe ich schon durchaus gehabt. Ich gesagt habe, nö, finde ich gut und dann, ja, muss man es akzeptieren. Und dann ist aber auch mit bester Freundin oder so, ist dann Feierabend so, ne. Dann trefft ihr euch eben zweimal im Jahr, aber sie ist dann aus deinem Fokus eben auch raus und nicht irgendwie so aus Edgy-Bet, sondern weil es deinen Standards einfach nicht entspricht. Fertig. Und da darf man irgendwann hinkommen, dass man das, ich hätte jetzt fast gesagt unemotional, das ist natürlich nie unemotional, aber da darf man irgendwann hinkommen, dass man das einfach wie so ein Reflex macht. Okay, ist nicht, was ich will, ist weit entfernt von dem, was ich will. Ich spreche es einmal an, ich spreche es nochmal an, ich setze Standards, überlege, ob das eine Sache ist, die für mich machbar ist, ist für mich nicht machbar. Und dann, ja, und dann nehme ich es hin in Liebe, die Entscheidung dieses Menschen und gehe meinen eigenen Weg weiter, ne. Was anderes kannst du nicht machen. Und, also ich bin auf meinem Weg immer mehr dazu gekommen, dass ich diese ganzen komischen Sachen einfach keinen Bock mehr drauf hatte, so. Und, ja, auch immer versucht, aber es war auch nicht immer gelungen, dann nicht so sauer zu reagieren. Aber einfach auch gesagt habe, finde ich scheiße, habe ich keinen Bock drauf. Habe aber oft, wie glaube ich andere auch, die Erfahrung gemacht, dass das Reden erschreckend wenig bringt. Aber es ist dann so. Und vielleicht ist es ja auch nur eine Pause für euch dann. Und irgendwann sagt sie, ja, war wirklich Mist. Und ich mache das jetzt wirklich in Zukunft anders. Und bis dahin, also mein Ratschein ist immer wieder, auch in Freundschaften, die Standards höher zu halten als den entsprechenden Menschen. Weil bei selbst ist das auch kein Egoismus. Das ist einfach, dass du das, was für dich richtig ist, also deine Selbstliebe in den Vordergrund stellst. Und das, ich meine, sie kann weiter deine Freundin bleiben, aber ist dann eben eine entfernte ehemalige Freundin oder eine Bekannte, also dann bekommt sie halt einen anderen Status, fertig. Also dann gibst du ihr den gleichen Status, den sie dir auch gibt. Und das ist, wie gesagt, das ist kein Edgy Badge, sondern das ist einfach, ich sage auch immer, man soll keinem Partner hinterherlaufen, ihr solltet auch keiner Freundin hinterherlaufen. Und irgendwann, also mit jeder dieser Geschichten gewinnt man immer mehr Kraft und kann es letztlich immer besser und gibt dem Universum dann auch Gelegenheit, vielleicht Menschen ins Leben zu schicken, die vielleicht eine ähnliche Vorstellung von Freundschaften haben. Ich würde es eigentlich nicht persönlich nehmen, weil es macht sie ja mit jeder ihrer Freundin und, ja, und weiß nicht, was willst du da machen? Ich meine, man kann, ich würde es ihr jetzt irgendwie mal eine Video schicken oder was, bringt ja nichts, weil es ja kein Leidensdruck, also ist, wie es ist. Aber gute Frage und kommt auf dem Liebeschiffweg für viele vor, dieses Thema. Ja, in diesem Sinne, danke fürs Zuhören, abonniert gerne meinen Kanal, gebt meine Arbeit gerne weiter, ja, nutzt es hier und wird übrigens eine virtuelle Liebeschiff-Party geben dieses Jahr, die Echte müssen wir wohl irgendwie aufs nächste Jahr verschieben und genau, aber dazu ein andermal mehr und wir werden uns bald wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.